Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Carbon. Ich bin's wieder, Helod986 und ich hoffe, dass man mich diesmal auch besser verstehen kann. Ich habe das Spiel extrem leise gemacht, also ich selber höre es fast gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Aber hey, noch ein bisschen was muss man ja machen und so haben und wollen. Und gucken wir überhaupt erstmal, wir können nämlich schon mal tunen, aber ja doch, wir haben ein neues Getriebe, ein Straßenpaket. Oh, das kostet 8000, ich denke mal, das nehmen wir. Und ja, hier sehen wir auch schon die Unterschiede zu Need for Speed Most Wanted. Wir können hier abhängig davon, welches Paket wir einbauen, einstellen, ob wir mehr auf Beschleunigung kommen, mehr auf Höchstgeschwindigkeit oder ob wir das Ganze halt eben so ein bisschen neutral halten wollen. Ich denke mal, neutral sieht eigentlich, ja, sieht eben gerade ganz interessant aus. Oh, wir können NOS einbauen, NOS, 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 NOS. Ich lasse es meistens auf neutral, weil ich das einfach ein bisschen besser finde. Weil so ist der Wagen dann noch so ein bisschen in allen Bereichen abgedeckt. Mein Warenkorb sagt 14.000, ich würde sagen, annehmen. Ja, möchte ich mal kaufen, ja, rum jetzt immer rein damit. So, ich gucke mir erst mal ganz kurz an und höre mal nach, ob das so in Ordnung ist von der Lautstärke. So, da bin ich auch schon wieder. Ich würde sagen, um es zu testen, machen wir jetzt nicht die Karriere, sondern das zeige ich euch noch was anderes, nämlich die Herausforderungsserie. Die kann man hier nämlich nach und nach erst freischalten. Wir haben hier ein Canyon-Duell, Canyon-Rennen, Kontrollpunkt, Canyon-Controllpunkt, Canyon-Drift, Flucht, Kontakt, Grundkurs, Sprint, Drift, Radarfalle, Massenrennen, Kontrollpunkt, Herausforderung, Massenrennen und das können wir alles machen. Und zusätzlich dazu haben wir ja noch unsere Premium-Karten, die wir hier nach und nach freischalten können. Und wenn wir das dann geschafft haben, kriegen wir neue Wagen, wir kriegen Vinyls, wir kriegen neue Sachen. Und ja, es ist auf jeden Fall viel, was man hier sammeln kann. Zum Beispiel wollte ich hier nur noch ein Event der Herausforderungsserie schaffen, dann hätte ich ein American Racing Talk Trust ST. Deswegen auch zum Testen gleichzeitig mache ich mal kurz eine Herausforderungsserie und wir nehmen, weil ich das ja liebe, Drift, auf Automatik natürlich. Und dann werde ich auch nochmal den Sound überprüfen und das nochmal einstellen und wir werden sehen, ob sich das dann besser verhält und ob das sich dann auch besser anhört. Aber erstmal machen wir jetzt hier das Drift Race. So, ich weiß nicht, inwiefern man es mitgekriegt hat, aber die letzte Aufnahme war ja, hatte ja doch so ein paar Schwierigkeiten in Bezug auf Lautstärke und zusätzlich dazu hat es dann auch noch geruckelt. Was ich ja nicht so prickelnd fand, wie vielleicht auch einige wenige mitgekriegt haben, oder alle, dass ich das angesehen habe, äh, angesehen haben. Ich habe jetzt die Grafikeinstellung zwar wieder auf Eigen gestellt, ich habe aber zum Beispiel Motion Blur ausgemacht, weil auch viele gesagt haben, oh boah, geil, äh, super, sieht klasse aus. Ich sehe zwar nur verschwommen, aber hey, super, es ist nicht fast wie Carbon und das ist ja nicht ganz der nur Zweck der Sache, nein, ich habe den aber auch getroffen. Ich bin aber trotz alledem gerade noch erst da, also von daher können wir uns da vielleicht auch ein bisschen Zeit lassen. Wir haben ja auch Nitro zur Verfügung oder Noz, wie ich es ja mal so gerne erinnert habe und auch weiter in den Werder. Ähm, Standbild, richtig geil, äh, Alto Valley, das ist auch unnormal, das Spiel ist so alt und trotz alledem. Ich weiß nicht, es ist, es kann nicht an den Hardwareanforderungen liegen, definitiv nicht, nein, dumme Mauer, immer ein bisschen weg. Ja, klasse Drift, 260 Punkte, weh, hey. So, oh, 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 oh. Jetzt hört man es vielleicht auch mal endlich so ein bisschen vernünftig, dass ich mich hier doch anstrengen muss. Obwohl wir, äh, mit, ja, 93.000 Punkten im Vergleich zu 30.000 Punkten dann doch etwas in Führung sind, würde ich mal so ganz spontan behaupten. Ich spiele das Ganze auf Patch 1.2, da 1.3 Probleme mit der Resolution macht und der Resolution Changer auf 1.4 gar nicht funktioniert, was ich ein bisschen schade finde, aber ich habe ja selber gesagt, ich möchte das gerne in dem Whitescreen haben, beziehungsweise ihr kennt das so von mir und deswegen ziehe ich das auch so durch. Und wenn das daran liegen sollte, dann kriege ich das ein, 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 ein anderes auf mir. Wow, hey, 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 nicht so früh nach rechts, erst dann, wenn ich sage, dass du nach rechts sollst, dann fahren wir auch nach rechts, okay? Gut, also man sieht es hier auch ziemlich gut, wow, man muss hier ein bisschen gefährlich fahren, um auch einen etwas erhöhten Multiplikator rauszubekommen, wobei es da auch noch ein paar kleine Tricks, so Tipps gibt da, die kommen erst später, die bei dem späteren werden. Wir haben eine Premienkarte gewonnen, äh, ein neuer Herausforderer, wir haben American Racing Talk Trust TST freigeschaltet und wir haben zusätzlich dazu noch Drift Silver freigeschaltet, weil wir ja Drift Bronze geschafft haben. Gut, ich überprüfe das Ganze, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Soundmäßig, finde ich, ist in Ordnung. Ähm, jetzt heißt es nur noch rauszukriegen, warum zum Teufel das hier zwischendurch mal so ein bisschen am Längen ist. Und, äh, ja, Hintergrundprogramme sind alle soweit aus, ist die Weltkarte. Wir haben hier ein paar neue Rennen freigeschaltet und da würde ich mal gucken, äh, Renntyp, Sprint, Kontrollpunkt, Sprint, Rundkurs, Drift, Sprint, Radarfalle, Drift, Sprint, Rundkurs. Also, fangen wir einfach mal mit dem Gebiet hier an, weil da haben wir nur noch zwei Rennen zu machen. Springen direkt zum Event. Prämienkarten, du kannst cool extra freischalten, indem du auf die, ja, Prämienkarten gesetzte Herausforderungen und sowas alles schaffst. Und, äh, das haben wir ja schon mal gemacht im Kado, das habe ich euch ja gezeigt. Äh, Kontrollpunkt, Rennen, man könnte auch sagen Mautstellen, Rennen oder anders. Und, äh, einigen von euch ist auch aufgefallen, dass die, äh, Hauptdarstellerin, äh, Nia aus, äh, die, äh, Tweet Half Men ist. Ja, da hattet ihr vollkommen recht mit. Und ich muss noch mal ganz kurz, da, 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 Optionen, Audio, äh, so, ich möchte auch ein bisschen was von dem Soundtrack haben, sonst, äh, langweilig. Äh, Neustart möchte ich nicht, sondern ich möchte weiterfahren, ja. Ich habe hier durchgängig eigentlich 50, 60 Frames, also normalerweise dürfte das nicht lecken. Ich habe eben gerade nachgeguckt, das eine Mal hatte, äh, jetzt bei der, äh, bei der, bei der, bei der, bei der, bei der, bei der, ein Drift-Herausforderung, hat er geleckt, weil er in eine neue Datei gegangen ist. Venture könnte es zum Teil auch daran entliegen werden. Ich hoffe es nicht. Ich versuche mein Bestes, ihr wisst das von mir. Wir haben ja jetzt einen, hier zu kleinen, wissige Tune-Bahn. Und wir haben noch 20 Sekunden Zeit, um den Kontrollpunkt auch noch zu erreichen. Zeitbonus 45 Sekunden, wir haben 5 Kontrollpunkte, die wir uns genommen erleidenken, oh no, ja. Ja, natürlich, könntest du das nächste Mal vielleicht bremsen, wenn du, äh, nach links abbiegst. Das wäre sehr, sehr human und sehr, äh, reizvoll, wenn du das tun würdest. Ja, die Autofahrer hier, die hassen mich natürlich mal wieder. Warum auch immer, aber das tun sie ja irgendwie in jedem den Vorspital, habe ich zum Teil das Gefühl. Äh, Blur, muss immer noch erwarten. Ich werde das jetzt wahrscheinlich so cutten, dass es 4 Folgen sind, oder 5, weil ich habe ja eine Stunde 18 aufgenommen. Das Problem ist, äh, dass man bei dem, also ich habe versucht, das jetzt einzeln zu laden, so, dass es, äh, 10 Minuten, 15 Minuten Folgen circa sind. Und, äh, diese 10 Minuten, 15 Minuten Folgen habe ich erst mal 2 Stunden hochgeladen, wollte die dann zusammen in diesen, äh, Editor von, äh, YouTube reinhauen. Und der hat dann gesagt, nee, äh, du musst da was rausnehmen, denn die Datei ist zu lang. Interessanterweise kann ich aber über 15 Minuten hochladen, also... Naja, scheint der Editor das vielleicht nicht ganz so gut zu machen. Nicht weiter schlimm. Ja, alle anderen Uploads brechen andauernd ab, alle paar, äh, Stunden. Sie gucken, wie sie so lustig sind. Also, äh, ja. Ich kann es nicht ändern. Ich werde es, äh, in mehreren Parts hochladen müssen. Im Gesamten werde ich es wahrscheinlich dann nochmal auf die Homepage packen. Wenn auch wahrscheinlich nicht für allzu lange, denn auf meiner Homepage habe ich nur 20 Gigabyte, äh, Platz frei. Und diese 20 Gigabyte sollen natürlich dann nicht, äh, ja, nur mit 1 oder 2 Videos belegt sein, sondern sie sollen auf die Homepage da sein. Deswegen ist der Kostnachsig und wir haben das Kontrolle so ein bisschen gebraucht. Geldpremier, 7100. Wir haben Motorhauben freigeschalten und gewählten Part, äh, Prämienkarte aller Anfang nicht sterben. Niki, hast du mich vermisst? Darius fragt sich, was ihr hier so macht. Neville, warum holst du mir nichts zu trinken, hm? Klar, äh, was denn? Soda oder sowas? Bring eine kleine Auswahl. Okay. Sei nicht so gemeint zu ihm. Du hast hier ziemlich aufgeräumt. Du wirbelst ja mächtig Staub auf. Aber mich kannst du nicht bluffen. Ich werde schon herausfinden, warum du noch in der Stadt bist. Das da ist Sal Mustella. Hi. Niki hat gesagt, dass du unbedingt einen neuen für dein Team brauchst. Naja, du kennst mich nicht, aber... Aber ich kenne dich. Ich bin ein großer Fan. Ich habe all deine Rennen gesehen. Wenn das so ist, dann mache ich hier eine Fliege. Tja, seit du weg bist, hat sich einiges verändert, verstehst du? Da draußen sind viele Spinner, weißt du? Ohne Respekt. Ja, merke ich. Ich kenne hier die Nebenstraße. Ich bin hier aufgewachsen. Ich beherrsche alle Tuning-Tricks. Ich habe praktisch alle Teile gebaut, die du hier siehst und, äh... Okidoki, hier ist Cola und Wasser. Wo ist sie hin? Fick. Ich komme auch mit dem klar. Das ist unser neuer. Tja, mal schauen, ob Neville, äh, das gefällt. Das ist... So. Ska. Karotterdiebauer. Wahrscheinlich hat man mich jetzt, äh, du schau, bei Neusklimitglied, äh, Crewmitglied, äh, wahrscheinlich hat man mich jetzt, wenn die Katze nicht verstanden, weil die Katze, ich kann sie nicht leiser machen. Also, äh, ja. Äh, ja, wir rekrutieren ihn natürlich. Weil, warum auch nicht? Äh, der hat einen coolen Wagen. Man sieht ihn ja auch im Hintergrund. Ein Mazda RX-8. Gefällt mir schon mal sehr gut. Und er ist Scout, deswegen, äh, werde ich ihn mal als aktiv festlegen. Um mal zu schauen, wie er so abgeht. Wir sind hier wieder im Bushido-Gebiet. Das, äh, sagt mir natürlich nicht so wirklich zu. Besonders, weil ich dort hin möchte. So, vielleicht haben wir ja Glück und unterwegs werden wir mal wieder herausgefordert. Oh, 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 oh. Dann können wir uns wieder ein bisschen noch verdienen. Mein NOS funktioniert natürlich noch nicht so wunderprächtig, wie ich es gerne hätte. Und what the fuck, ey. Ich dachte nur, hier fahren nur die Raser bekloppt und nicht alle anderen auch noch. Ähm. Ja, bedingt durch das Stretchen des Bildschirms seht ihr hier auch, äh, oben den Pfeil nicht ganz so gut. Ne, das ist ein bisschen rausgespielt, aber das ist, denke ich mal, verdrehtbar. Ach so, das ist das Ding, wo ich ihn wollte? Ja, das ist ja schön. Hätt's mir auch mal so haben können, weil. Sonst wäre ich einfach da vorbeigefahren. So, eignen wir uns endlich hier das nächste Gebiet an. Wird ja auch Zeit. Äh, ja klar, nehmen wir an. Ich glaube, das war jetzt schon Sprint, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ich will das einfach nur machen. Ich will das nur hinter mich bringen. Äh, nein. Oh, oh. Hör auf zu lecken! Dammit, du Scheiße, noch mal. I can you run it! Und, äh, ja, wir eigentlich auch schon mitbekommen haben, äh, das Spiel ist in der Anlehnung von Need for Speed, äh, nicht Need for Speed, sondern Fast and the Furious Tokyo Drift, so ein bisschen. Scout jetzt bei dem Rennen mitzuhaben ist natürlich superintelligent, weil, äh, der bringt also super viel bei einem Canyon Rennen, wo man eh nur in eine Richtung fahren kann, nämlich bergab. Äh, äh, naja. Egal, wir haben ihn mit dabei, äh, wir genießen ihn, äh, oder lassen ihn mitfahren. Vielleicht bremst er ja so ein bisschen die anderen aus, die hinter mir sind. Wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, aber Siren muss nicht letzter. Ah, ne, der ist gar nicht mit dabei. Ah, auch nicht schlecht. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe, er ist gar nicht mit dabei. Wir fahren hier lieber dann in Ruhe unser Rennen. Mal, äh, wieder typischerweise als Erster. Wie sollte es auch anders sein? Und wenn man hier so ein bisschen weiß, wie man driftet, dann, äh, kriegt man diese Canyon Renns eigentlich schon ziemlich gut, äh, erledigt. Aber es ist natürlich immer noch die Gefahr da, dass man hier runterfahren kann. Deswegen achtet man am besten so ein bisschen auf die Minikarte. Geht auch mal ab und dann vom Gas runter. Und man genießt einfach diese, äh, doch relativ chillige, äh, Japan-Muckel, würde ich jetzt mal dazu sagen. Äh, weil, ja, das hier ist ein chilliges Rennen. Da braucht man chillig, wo sie... Äh, gut, hier habe ich bisher jetzt noch nicht gesehen, wo wir hätten runterfliegen können. Weil durch diese Wände dort, äh, links und rechts, köpft man nicht durch. Leider. Oder zum Glück. Wobei es mit dem Wagen auch relativ sehr, sehr schwer werden würde, irgendwie hier runterzuklatschen. Jetzt so eine gute Kurvenlage ist so, 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 so schnell unterwegs sind gerade. Äh, das war das ja natürlich nicht unbedingt, ob wir als Fusier brauchen, aber hey, weil ich jetzt, äh, wir fahren einfach das Rennen. Wir haben 90% schon abgeschlossen. Vielleicht geht hier, glaube ich, Wir haben hier noch mal schön, boah, wir werden da runterspringen. Und mit 200 Sachen ganz gemütlich über den Durchdrucken getuckelt. Oh, ja. Würde ich sagen, ist schon sehr angenehm. Ich wurde erster. Wir haben neu freigeschaltet einen Dachsboiler und ihr wisst, was ich von Dachsboilern halte. Und zusätzlich dazu haben wir ein neues Territory. Also mit jedem Rennen oder mit jedem, was wir erledigen, können wir neue Sachen freischalten. Äh, dein Territory wird angegriffen. Wenn du dich entscheidest, dein Revier nicht zu verteidigen, übernimmt es die angreifende Crew automatisch. Äh. Äh, kleines Sprintrennen. Gold Valley Rennen müssen wir nochmal machen. Weil diese Crew einfach der Meinung ist, sie müssen in unser Gebiet kommen. Ja, das ist, äh, das Coole eigentlich mit dem, mit den Crews. Äh, die versuchen natürlich, rund wie sie sind, ähm, ausgerechnet unsere, äh, Gebiete wieder zu übernehmen. Und je größer meine Gebiete werden, desto öfter werden wir wahrscheinlich auch daran hängen und versuchen, die zurückzuschlagen. Äh, wir können natürlich auch sagen, ja komm, steht Hättens, dann übernimmst ihr. Und, äh, wir klauen uns das einfach mit einem anderen Rennen wieder zurück oder mit dem Sam Rennen. Äh, aber ich möchte das natürlich nach Möglichkeit behalten. Denn, wenn man das Spiel schon mal hat, dann, joa, warum wieder hergeben? Es hat so ein bisschen was von, ähm, Risiko. Ja, so ein bisschen was von Risiko mit dabei. So könnte man das am besten, denke ich, mal beschreiben. Und, äh, joa. Wir haben jetzt schon 30% erledigt von Cool. Wir haben jetzt schon 30% von Rückwirkler gehabt. Auch cool. Nicht. Vielleicht muss ich mal die, äh, Framerate feststellen auf 30 Frames. Oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich muss das ein bisschen austesten und ein bisschen rumfummeln. Dann mache ich aber live mit euch. Äh, weil ihr da bestimmt auch nochmal ein paar Tipps hattet. Oder hättet. Äh, ich gehe ja da so auf euch ein und so. Ihr kennt das ja von mir. Und dann muss ich jetzt jetzt mal, wenn wir die Einzelne, dann haben wir es könnt. Und, ähm, dann müssen wir das ein bisschen ansehen. Und, äh, wenn wir es sind, wenn wir es nicht mehr brauchen, wir es nicht mehr machen. Und, äh, dann müssen wir es einfach so auf mich übernommen. Und, wenn es sich, wenn wir es nicht mehr zu vermitteln, dann machen wir es nicht mehr, es nicht mehr. Und, wo wir es nicht mehr so machen, wenn wir es nicht mehr als ein bisschen. So ist das eigentlich nur ein bisschen, das Unterfahren, das ist giftigt. er ist jetzt ein bisschen actionreiche als dramatischer und reicher gestalten die wir einfach die Sachen die wir hier so haben genießen das Rennen und genießen die Aussicht die Optik in der Canyon unterwegs zu sein hier fahren einfach und sind über 80% mittlerweile erledigt wir haben 8 Sekunden Vorsprung ich glaube diese Crew kann man sie gar nix sie sind gar nix ja und ähm das Problem ist natürlich das ist jetzt keine große Crew sondern eine kleine Crew die großen Crews versuchen uns später uns auch zu übernehmen und die sind dann zum Teil auch ein bisschen besser ausgerüstet als wir gehört einfach mit dazu aber wir werden sie alle schlagen Gott, I catch them all Tja, Erster wir haben wieder eine Prämienkarte gewonnen nämlich Verteidiger und 700 Geld dafür weil wir das Rennen schon gemacht haben also Rennen zu wiederholen bringt nicht so viel und äh ja wir haben das zweite Gebiet jetzt hier uns angeeignet ich würde sagen wir gehen zum Unterschlupf speichern dort und sehen uns dann erstmal wieder in der nächsten Folge weil ich möchte ja euer Feedback erstmal haben und ähm ja soja die dann noch an den Einstellungen so ein bisschen fein ich bin Hello986 ich warte auf euer Feedback bis zur nächsten Folge Ciao